Wir sind hier am Klinikum Mittelbaten in der Schule. Die Schüler werden hier ausgebildet in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und Operationstechnische Assistenz. An den Lehrern ist es ja gut, dass sie sehr nah bei uns sind, immer gut auf uns eingehen. In der Klasse versteht man sich einfach toll. Es fühlt sich keiner ausgegrenzt. Man macht gerne Gruppenarbeiten miteinander. Es stimmt einfach bei uns. Uns unterrichten Ärzte, aber auch Pflegekräfte und die Lehrer. Das ist eher so interaktiv. Als Schüler wird man gut aufgenommen, man darf viele Aufgaben mit übernehmen und man wird eben nicht als Laie bezeichnet. Die Chemie stimmt einfach. In der Ausbildung haben wir immer Blockunterricht und auch Praxisphasen. Wird eigentlich alles abgedeckt von Medizin bis Pflege. Ich wünsche mir hier in der zentralen Notaufnahme anzufangen, weil das mein Bauernberuf ist. Manche würden sagen, ich bin verrückt, aber ich brauche den Stress und das ist einfach mein Ding. Man sollte die Ausbildung machen, weil man viel von den Patienten zurückbekommt, wenn man ihnen hilft. Ich bin gerne hier. Wir freuen uns, wenn du Interesse an einer Ausbildung bei uns hast. Melde dich doch einfach.